Der Parsinger Viktualienmarkt ist dadurch ganz besonders, weil es ist so eine Oase in diesem verbauten Parsing. Der ist halt einfach immer noch so wie seit, weiß ich nicht, ich glaube knapp 100 Jahre sind es jetzt und es ist grün, es ist bunt, wir sind an der frischen Luft. Das Besondere am Parsinger Viktualienmarkt ist eigentlich das, dass wir unsere Kunden eigentlich zu 99 Prozent alle kennen. Das Flair, das ist halt nicht wie im Supermarkt. Wir haben bloß regionale Ware, frisch. Und das nehmen jetzt inzwischen auch viele junge Leute wieder an. Zwischendrin war es mal so, dass wir gedacht haben, uns stirbt die Kundschaft weg. Aber inzwischen haben das junge Leute auch wieder entdeckt. Der Winter ist meine Lieblingsjahreszeit eigentlich für regionales Gemüse, weil ich diese wärmenden Sachen alle so gerne mag. Also und das ist wirklich ganz sprichwörtlich Kraut und Rüben. Alles besonders nährstoffreich, weil die Pflanzen haben das ja über den Sommer eingelagert und das wird eingespeichert und das gespeicherte, diese gespeicherte Sommerenergie, die essen wir jetzt. Also das ist auch viel nährstoffreicher, als wenn man jetzt Gewächshausgemüse kauft, das zwar aus wärmeren Ländern kommt aber trotzdem aus dem Gewächshaus.